Die Oberpfalz, Ruhrgebiet des Mittelalters. Schon im 15. Jahrhundert Hochburg der Erz- und Eisenindustrie und damit Wegbereiter für den Werkstoff der Zukunft. Stahl. Er hat Bauwerke hervorgebracht, die anders nicht denkbar gewesen wären und die seit Jahrhunderten allen Launen der Natur standhalten. Und diesen Werkstoff haben wir uns zu eigen gemacht. Wir bearbeiten, formen und verbinden ihn und schaffen damit Bauwerke, in denen Sie Ihren Job machen können. Jahrzehntelang. Mit unserer eigenen 4000 Quadratmeter großen Stahlbaufertigung sind wir mit unseren 65 Mitarbeitern für jedes noch so große Projekt gerüstet. Mit Präzision in Form und Technik schaffen wir Stahlbau in Forsterqualität. Zertifiziert nach DIN EN C90-2 in den Ausführungsklassen EXC1 bis EXC3. Und mit diesem Stahl bauen wir Ihre Halle. Schlüsselfertig und auf Ihre Anforderungen ausgerichtet. Unsere Ingenieure erkennen schon früh, welche Bauart für sie die richtige ist. Dadurch können wir von Beginn an präzise in die richtige Richtung planen und Ihnen vorab ein kostenloses Komplettangebot erstellen. Die in-house erstellten Fertigungszeichnungen übertragen wir digital an unsere CNC-Anlagen im eigenen Stahlbau. Damit umgehen wir Schnittstellenprobleme, sparen Zeit und Geld. So entstehen schlüsselfertige Hallen in Forsterqualität. Mit allem, was für Sie dazugehören muss. Kräne, Tore, Verglasungen, Büroräume, Innenausbau. Mit uns als Generalunternehmer haben Sie nur einen Ansprechpartner für das gesamte Projekt. Vorwiegend für unsere Kunden aus Industrie, Chemie und Pharma bauen wir auch Tanks, Silos und Behälter in nahezu jeder Größe. Auch sie werden im eigenen Behälterbau gefertigt, aus Stahl in bester Forsterqualität mit HP0-Zulassung. Dabei können Edelstahlbehälter von 30 Metern Höhe und 20 Metern Durchmesser realisiert werden. In-house. Zusätzlich zum Stahlbau in all seinen Facetten sorgt Forster aber auch für Ruhe. Mit Schallschutzkabinen, Schalldämmwänden, Maschineneinkapselungen und Verkleidung komplexer Anlagen. Überall dort, wo Lärm zur Belastung werden kann, schafft Forster Acoustic Noise Control Abhilfe. Und weil wir so vielseitig sind, sind wir der Experte für Komplettlösungen. Wir vereinen unsere Kompetenzen, damit Sie Ihr Projekt mit nur einem Ansprechpartner realisieren können. Volle Projektkontrolle, ohne Schnittstellenprobleme, die Zeit und Geld kosten. Aus einer Hand, fair, ehrlich und innovativ. Und so machen wir das seit fast 100 Jahren. Bei Forster im Mantel.